Und jetzt ein Hinweis für Sie in eigener Sache. Sie sehen schon, ab heute können Sie das Programm auf Sky nämlich noch intensiver, noch vielfältiger verfolgen. Fünf neue Sender gehen an den Start und da ist für jeden Sportfan was dabei. Sky Sport stellt sich noch besser auf für dich mit fünf weiteren Sendern. So erlebst du den Sport, den du liebst, jeden Tag rund um die Uhr. Ob live oder große Sportgeschichte. Hier hast du jeden Tag, englische Woche, 24 Stunden Matchbälle und Fairways, die niemals enden. Noch Kondition für mehr Sport. Wir bleiben mit dir sportlich und sind mit dir bei jedem Top-Event dabei. Auf dem Sender, für den dein Fanherz schlägt. Deine neue Sky Sport Aufstellung. Jetzt nur auf Sky. Das bedeutet, Sie bekommen noch mehr Sport 24-7. Die Sendestruktur wird neu geordnet. Sie werden noch besser zurechtfinden bei der Suche nach Ihrem sportlichen Highlight. Es gibt jetzt nämlich insgesamt acht Sender. Teilweise auch mit neuem Namen. Sky Sport News bleibt. Genauso wie Sky Sport Bundesliga und die Formel 1. Dazu jetzt aber folgende fünf Sender neu. Sky Sport Top-Event als Highlight-Sender mit den besten Inhalten von Sky Sport. Dazu kommt Sky Sport Premier League, also alles von der Insel. Sky Sport Mix, dann Sky Sport Tennis und vor allem ab heute sicherlich sehr spannend, wegen den Neuigkeiten aus Schottland, Sky Sport Golf. Also, Sie wissen jetzt bestens Bescheid, für welchen Wunschkanal und für welche Wunschsendung Sie sich interessieren. Sie müssen da nicht mehr lange rund suchen und bekommen vor allem 24-7 alles, was sie interessiert.